Hallo, da ist euer Robobox28 zurück zu GTA V, zu der Mission mit dem Franklin, nehmen wir ihn jetzt dazu, Michael, da ist ja auch nicht was. Wie willst du durch... ...dur... 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 Oh, hey. Ich musste kurz zu liegen lassen, ja, den schönen Mexikanern, die wir haben. Ich und Tiet haben das Job gemacht und wir sind weggefallen. Du musst dich schocken. Ich wünsche, dass ich es war. Also, woher bist du jetzt? In den Dessert? Von Alamo Sea? Okay, ich werde dich aufhören, wenn ich etwas finden werde. Absolut. Oh, hey. Trevor hat seine Wirt. Trevor hat seine Wirt? Nein, nein, die Mexikanische Wirt. Was? Scheiße, ich weiß nicht was zu sagen, was zu sagen. Da ist er wieder da. Die Waffen kommen in bei der Luft. Wir haben ein Flugzeug über die Luftfläche. Aber... Great, los geht's! Da geht's. Da geht's. Was wirst du tun? Wir werden nicht! Wir werden einen privaten Armee auf dem Boden nehmen, Ron. Wir haben ihn im Luftfläche. Ich... Okay. Ich wusste, dass du schockt nach dem Merriweiter heist war. Das war eine Waffe. Das war eine Waffe! Genau. Das war eine Waffe! Ich habe das, was ich verabschiedet habe. Ich habe in die Schatten auf die Merriweiter-Kette. Das war eine Waffe! Das war gut, dass du zurück in der Firma mit einem professionellen. Ich muss sagen, ich habe das. Ich habe es gesagt. Ich habe erwartet etwas mehr Impressives. Das sehr, sehr, sehr Michael Townley. Das sehr, 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 sehr. Nein, das ist so sehr, richtig? Und nicht mehr als Townley. Die Jahre haben nicht... Das ist nicht so schlecht. Was ist die Endgame? Wir hatten eine gute Sache ohne ihn. Wenn es so eine gute Sache ist, woher mein Geld ist? Cropduster? Das ist das beste, was wir können? Geht in Kontakt mit meinen Mexikanischen Kontakten, erzähl ihm, wir haben ein paar Schäden zu verkaufen. Ich werde dich auf der CV! Kann ja dann mit... ...mittersetzen. Komm in! Die Meriweather-Planen sind in einem Bezugspattern über Mount Chilean. Versuch und steh hoch! Die Kontroll-Power in Fort San Cudo ist im Monitoring-Aertraffik. Ich bin niedrig. Ich gehe auf 100% aber dann nicht. Ach, dort ist... ...wenn ich... ...wenn wir diese Weapons nutzen für keine gute Idee. Sie werden besser in unseren Händen. Ich weiß nicht, dass wir sie in den Luft nehmen müssen, wenn wir eine Art Schuss haben. Ich dachte, dass ich das gesagt habe. Du hast gesagt, ich weiß nicht, wie du gehen kannst. Ich weiß nicht, wie du gehen kannst. Du wirst sehen. Gehen Sie mich! Verstehen, Träber! Das ist ein restriktes Raum. Willst du, meinen Nacken in die Pferde zu legen? Ja? Wir fliegen durch die Militärsbericht. Abwechst es, Boss! Nicht fliegen über! Ja, 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 ja. Der Kärgpläne hat 4 Jets, eine 200-foot-Wingspan. Ja, 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 und ich bin in einem Kroftduster. Das ist etwas, worauf ich mich bewusst bin. genug! Ihr seid in den UK, um etwas zu senden. Altitude ist einfach gut, Ron. Du hast einen Job, Mann. Sie sind auf der Schiene. Du hast schlechte Informationen, Bruder. Ich bin gut. Ich kann mir selbst sein, bullying, reckless, total selfish. Mach die Dinge, die ich mich fühlen. Wie die Frau von einem kraftvollen Mexikanischen Gangster, und fliehen einen Kroftduster nach einem Jumbo-Jet, mit mercenaries. Genau. Jeder ist so auf die Appearance in L.S., Sie beginnt zu vergessen, wer Sie sind. Und wenn Sie nicht, wer Sie sind, wer Sie sind? Sie sind der höchste, prinzipierte Mann, ich weiß, Trevor. Ein Mann von Integrität. Sie sprechen mit Oskar, die Mexikanischen? Sie sprechen mit Oskar? Ich werde sie wissen, dass es in der Arbeit ist. Die Arbeit ist? Ich bin nicht riskierend, in der Leben für eine Schemenate-Soul. Sie sind sicher? Es ist einfach, Oskar nicht lief zu werden. Mach das Geld. Die Schäuze sind gut wie es. Okay. Sie sind zu hoch. Sie fallen, bevor sie sehen, es nicht eine Appellation. Ich bin in Kontrolle. Sie sind in Los Santos internationalen Airsten. Sie sind klar, um die Alkohol zu erreichen. Hier geht's! Ich bin nicht verkauft. Ich bin nicht. Aber auch schon, dass ich das cargo plane. Also. Sie sind die Alkohol. Dann können Sie sich selbst und du sagst, Ihr Interesse. Das ist Captain T in 1989 Kroppnuster. Sie lebt dem herzlichen San Andreas. Das ist ein Wetter. One-identified aircraft. Divert your course and we will be forced to shoot you down. Really? Shoot me down? Well that seems a little extreme, doesn't it? Bremse, it's up the clock of play. Final warning! Divert or you will be grounded! My fate's in your hands. We are clear, you engage! You're firing rockets at a crop duster? What's wrong with you? Let's play meow. No. Stay on the other side. We are entering the hollow, do we have to go? Do we have to attack? 3-4-5-4-5-1-2-2-1-3-5-1-2-2-3-4-7-1-5-4-2-4-2-1-1-2-2-1-1-3-4-0-5-3-2. Das ist gefährlich! Geh aus meinem Cockpit! Wir haben einen Piloten auf Bord? Komm in, Kontrolle Air-Trafik. Es gab eine Veränderung von Personnel und Destination auf dem Meriweather Jet. Wir sind jetzt in McKenzie Field. Veränderung der Frequenz! Überrasch! Ruh! Ruh! Ich habe den Jet! Du mit den Feuer? Wir sind willkommen hier, Trevor! Bleib sicher jetzt! Wir haben zwei Kampfjets. Wer sind diese Leute? Achtung, Meriweather Jet. Wir sind unter Orders, um die Univ-Base zu verändern. Veränderung der Frequenz. Wie sind Sie? Können Sie sich selbst bedenken? Uh, Ron. Ich habe die fucking Luftwaffe auf mich. Scheiße! Gibt es eine Alte. Sie können nicht mit dir schlafen. Wir sehen uns, wenn man helfen. Any Offensive action wird mit Überrohung der Retaliation. Vielleicht wird es dir 10% von was in der Hälfte. Und wir sind alle glücklich. Wir sind alle glücklich. Wir sehen uns, dass sie ein paar Möglichkeiten fühlen. Wir sehen uns beim Atmen. Wir sehen uns beim Atmen. Das ist deine letzte Beobachtung. Divert jetzt oder be engagiert. Hey! Du würdest mich nicht schießen. Schau mal auf die Gründe. Komplierst du sofort. Das ist Captain V. Das ist Captain V. Kalko-Jet ist sicher auf dem Desert. Wir sind Weapons-Frei. Copy das. Weapons-Frei. EGLE-1, FOX-2. EGLE-2, FOX-2. Ich bin hier! Ich bin hier! Plane ist fertig, Ron! Ron, bist du schon? Oh, dein Engin ist weg. Geh weg, D! Komm schon, Valle. Bevor die Beobachtung. Kontrollen sind nicht sinnvoll. Ja, das ist nicht weg. Wenn sie einen Schuss haben, werde ich wegschrauben. Ich habe einen. Du scheiße! Flugzeug knallt doch in allem Mose, oder? Eben, das Flugzeug fliegt in allem Mose. Eben, halt. Wohoo! So, was haben wir jetzt mit? Ah, was sind sie? Ja wo, Leute. Um, run in luttend. Trevor, schade, du geht's? I saw the plane go down. I survived and Lizard Army didn't do so well. So that's something. Ah, thank God. The fuselage went into the Alamo sea. You might be able to salvage the hardware with dive gear or something. Ah, good idea. But it'll take time. Tell Oscar he ain't getting these guns. Okay look I gotta ask are you in with the federal government an agent Sanchez was round here saying you and Michael had to meet his supervisors at the garage the cook site but I gotta do this okay but I'm using them all right they ain't using me let's make that clear the former gb-mission you had to move the massacre man sit for the next mission with a piece